Oh Mann! Es ist voll langweilig hier. Vater! Was ist denn hier los? Wir wollen umziehen! Ach ja, das ist ja kein Problem. Augen zu, nach links gucken und Augen auf. Wow! Wow! Wow, das ist toll. Wow, das ist toll. Wow, das ist toll. Wow, das ist toll. Ey, das war's. Danke, Herr Wunderschöne. Oh, oh, oh. Alles, 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 alles. Und was war ein Pferdaufol? Es ist so edel. Ich habe die Bilder von unserer Familie schon aufhängen lassen. Das ist angemessen für eine Prinzessin. Und was haltet ihr davon? Wow! Schaut, wie meine Prinzessinnen auch einen extra großen Spiegel aufgehängt. Und später können wir dann auch hier heiraten. Und ich habe für euch noch einen passenden Ehemann. Ja! 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 Ja!